Hallo Leute, hier auf YouTube, mitten aus der... aus Hessen. Ja, willkommen YouTube, ich bin der Dan von den Vorspielern und ich bin heute hier, weil es eine kleine Ankündigung gibt, nämlich nicht nur die Temperaturen sind heiß, sondern auch die News, wir haben den neuesten Shit, nämlich jetzt geht es weiter hier auf dem Vorspieler Let's Play Kanal. Es wird aber eine kleine Änderung geben nach dieser Sommerpause, will ich es jetzt mal nennen, nämlich wir haben ein neues Teammitglied, da der Truth irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so am Start ist, er wird natürlich auch vielleicht das eine oder andere nochmal machen, aber er ist ein bisschen weniger aktiv. Dafür habe ich mir einen adäquaten Ersatz besorgt, nämlich den Flo, der hier rechts neben mir steht, also links von euch, und er wird gleich mal sich kurz vorstellen und was er für Themenbereiche jetzt erstmal in den ersten Monaten, sag ich jetzt mal, beackern wird auf unserem Kanal. Und ich sag einfach, Flo, komm mal rup, er ist jetzt nicht mal rin. Jo, hallo, wie ist der denn schon angekündigt, bin ich der Neue, bin der neue Flo sozusagen, werde mich so in der Rubrik Ego Shooter und Action Adventure so ein bisschen einpegeln. Meine Hobbys sind Fluchen überwiegend, ja, das werdet ihr dann auch nacheinander immer so ein bisschen feststellen, da von meinen Let's Play's da. Ja, und ja, ich denke, es wird eine gute Zeit, ja, und machen wir mal das Beste draus. Jo, und wir zwei gehen wahrscheinlich demnächst auch nochmal in den Wald. In den Wald. Ciao. Ciao.